So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich überlebe Sturmphasen. Ihr seht schon, ich habe 1 von 5. Was ist damit gemeint? Also, ihr kennt immer diesen großen Kreis, der kommt. Und dann wird der wie hier, der Sturm wird ja dann immer kleiner, beziehungsweise die Zone. Und wenn dieser Ring einmal geschlossen ist, habt ihr 1 von 5. Ist er ein zweites Mal geschlossen, habt ihr 2 von 5. Und das Ganze müsst ihr halt machen, bis 5 Mal die Zone zugemacht hat. Das ist natürlich ziemlich simpel. Ihr könnt auch einfach in Gruppenkeile gehen, bleibt einfach stehen. Die Zone wird so oder so kleiner. Also, wenn ihr euch die Zeit nehmt, ihr seht es jetzt. Was habe ich jetzt geschafft? Ah, die Leute haben geangelt. GG an der Stelle. Die XP holen wir uns natürlich gerne mit. Damit habe ich schon fast wieder 216. Und in dem Sinne, wie gesagt, hier dieser Kreis geht dann immer weiter zu. Ich denke mal, das sollte inzwischen jedem bekannt sein. Und das Ganze muss halt 5 Mal passieren. Ihr müsst auch nicht wirklich was machen. Einfach warten, bis halt die Zone zu ist. Wie gesagt, Gruppenkeile ist dafür der beste Ort. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und wenn ihr Bock habt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, haut herein.